So, und da wir nicht genug von diesem kranken und total abartigen gestörten und total abgefuckten Eichhörnchen bekommen, würde ich sagen, ah, holy moly, der fackelt sich den Arsch ab, ah, die Plattform versinken, ah, da wir nicht genug von ihm bekommen, machen wir einfach weiter. Es ist zu grauenhaft. Natürlich! Ah, es ist zu grauenhaft. 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 Ich erinnere diesen Geld. Oh nein. Was kommt der Welt, wenn ein Schöpfchen kann nicht in einem Dinosaur-themed Welt, ohne zu verabschieden von ein paar prehistoricen Brats? Hey, gib mir mein Geld zurück. Loll, sie moonigen ihn einfach. Hihihi was geht ab wir müssen jetzt quasi er sagt nicht wir müssen quasi jetzt Diddy Kong Racing spielen mit dem Hoverboard Tatsache okay es ist doch etwas schwieriger als gedacht die Steuerung die ist total weird ich schwöre es weil Diddy Kong Racing war total easy die Steuerung das ganze hier ich habe es ja auf 60 fps stehen und es ist echt heftig wow was zur Hölle ich habe echt das Gefühl dass alles dich töten will und es ist einfach nur grauenhaft dann Brachiosaurus hier und dort irgendeine Falle die einen weg snacken will den Penner klatschen wir gleich vom Board Pum komm den gleich auch mit ah weg Pum was ihr wollt mich doch verarschen das ist ein schlechter Scherz man das ist ja echt ne verarsche ja komm ich war doch richtig drauf ihr verarscht mich doch soll denn der kack ist heute der Tag des Fails ich glaube schon ach komm ich bin Hashtag Tischbein Hashtag Epic Fail Hashtag Sadness wird das jetzt wie bei Majora's Mask dass ich stundenlang faile was bei Conker passiert ist das kann man sich auf dem YouTube Kanal angucken wow 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 ha 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 ich fahre noch ach du fachst mich doch ach man hashtag Noob Nero ja ihr verarscht mich doch auch alle nur aah 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 n fuck you man zum scheiss finde ich voll verarscht die Es kann doch nicht so schwer sein. Waaaaaahhh Waaaaaah Komm, komm. Verdammte Hacke. Ja, wie der dann einfach da reinkracht. Das ist doch nicht normal. Also sind wir gleich schon wieder Game Over. Ihr könnt schon wieder alle ruhig schreiben, Hashtag Tischbein. Das ist schon okay so. Boah, das ist voll sch... Ich schwöre es euch, das ist... Richtig? Du scheiß Saurier, Alter. Wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könntet auf YouTube, ihr würdet denken so, oh Gott, der Arme. Ich frage mich eh, wie Conker auf 60 FPS laufen kann. Es läuft nicht immer auf 60 FPS, nur das Problem ist, gerade diese Racing-Szene, die ist... Die knipen mir so die Frames um die Ohren, das ist unnormal. Ich frage mich noch mal. Ich frage mich noch mal. Komm schon. Das war knapp. Nein! Ho 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 ho. Haha. Komm schon. Ich hab da jetzt alle besiegt oder nicht ? Nein 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 Nein! 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 Noo! Oh Gott, warum? Warum? oh ja, es ist speedrush putz ja, das war wohl nichts mit speedrush komm, nehm Fahrt auf boah, jetzt aber hier full concentration kein bock den verkackten saurier jetzt gleich ein drittes mal machen zu müssen das war gut und 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 Was machst du bitte? Komm schon. Konka, mach keinen Scheiß. Ah, ah. Jawoll. Geschafft. Wow. Ach so, das muss man sich in einem Speedrun vorstellen, ja. Wie sie einfach so Konka-Schilder hochhalten. Nett. Hätte ich auch gerne neben mir sitzen. Ach so. 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 Ähm. Okay. Die wollen wohl irgendwie... Ach so. Ach so. Ach so. Ähm. Ach so. Ich glaube ihr... Oh. Oh. Na, ich gebe dir recht, Konga. Holy shit. Okay, er hat sich wohl in die Hose geschissen. Yo. Oh. Oh. Halt, sei, what? Alter, was zur Hölle war das? Ah. Nein, nein, versuchen wir das nochmal. So. Lauf, Konga, lauf. Ich habe doch B gedrückt, man. Ich drücke die ganze Zeit B. Oh. Ich check das nicht. Ah. Ich drücke die weg. Oh. 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 Ach komm SongRare, ihr wollt mich verarschen. Ich hab dich hier. On talka, tu tu tu, tu tu tu, tu 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 tu. Putz. So was macht man doch in der Freizeit gerne, genau Komm, da ist noch einer Schnapp, los Rexi Wir haben noch einen, komm Einer geht noch Ist halt jetzt die Frage, was wir mit ihm hier machen sollen Wie die Beine da halt rumzappeln Okay Oh, die schlechten Sprites da oben Okay Sechs Stück müssen wir wegsnacken Okay Okay. Yeah, Dino Snacks! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Nein! Ach komm schon! Nun gut, dann versuchen wir es im nächsten Part erneut und ich würde sagen das war es dann fürs erste mit Conker und wir verabschieden uns. Bis dahin! Let's get going! Oh oh!